Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Föhnutopia Awakening. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Mann ey, schon wieder so eine ungemütliche Bank. Ich will nicht wissen, wie sehr ich dafür schon wieder geflamed werde. Ihr regt euch ja auch jedes Mal auf, sobald ich auf der Bank bin. Ähm, letztes Mal war ich ja extrem planlos, als ich hier in der Stadt rumgelaufen bin. Ich habe jetzt nochmal in die vorherigen Folgen reingeguckt, also auf meinem PC zumindest, das Material. Und jetzt weiß ich auch, wo ich hin muss. Also ich muss hier den König besuchen. Das müsste mein jetziger Auftrag sein. Aber ich kann ja natürlich trotzdem die Stadt hier noch so nebenbei erkunden. Vielleicht findet sich was Interessantes. Äh, hier war ich höchstwahrscheinlich schon drin. Da ist die Bücherei, da war ich auch auf jeden Fall drin. Oh, ist hier wieder so ein Schießhaus. Das sieht zumindest so aus. Hier ist wieder so eine Schießbude. Eh, komm, da versuchen wir uns dran. Hallo, darf ich jetzt? Okay, zuerst die Silberliga. Ich muss die Ziele treffen. Wir haben ja den Plan, wie es geht. Ich darf wahrscheinlich nicht die Menschen abschießen. Sag ich doch. Ich hätte fast noch den Menschen getroffen. Äh. Ich muss versuchen, über die drüber zu schießen. Ey, ich habe es sehr gut getimt, okay? Wie ich die Frau getroffen habe. Das ist unglaublich. Diesen Schuss wird niemals eine nachmachen. 10.000 muss ich schaffen, ne? 10.500 habe ich geschafft bisher. Fuck. Fuck. Ich habe einfach alles mitgenommen. Ich war nah dran. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich halt die Schleuder brauche, weil ich drüber schießen muss. Ne, das schaffe ich nicht. Ich habe jetzt so ein paar Mal versucht. Ich habe mich auch einmal in der Goldliga versucht. Für euch habe ich das rausgeschnitten. Und ich habe einfach komplett versagt. Also, es war schon nicht mehr schön. Da konnte man sich wirklich nur noch fremd schämen. Oh, ein Traubenkuchen. Ich habe Hunger. Gib mir her. Äh. Was könnte ich denn wegwerfen? Den Drachenschweif, den kann ich ruhig essen. Her damit. Ist der Traubenkuchen denn gut? Ich will dir das da wegwerfen, aber ich kann es nicht wegwerfen. So. Wir haben immer noch den Auftrag, auf zum König. Wo ist denn hier überhaupt ein Schloss? Wir haben ein Schloss gefunden. Und da sieht es auch aus, als ob da ein König sitzt. Oder ein Attentäter. Also, du hast mein unglaubliches Laboratorium gesehen. Jetzt sehen wir, welch Autorität jemand besitzt, der direkt für den König arbeitet. Ich glaube, er wird gerade zusammengeschlagen. Hm. Wirkt nicht so, als ob die ihn durchlassen. Nee, wirkt überhaupt nicht so. Dass er sich etwa so leicht unterbuttern? Ich bin berühmt. Kein Wort. Okay. Ich wollte diesen Tropf eigentlich nicht ausspielen, aber... Böse außerirdische Einlinge stehen vor unserer Haustüre. Wenn ihr mich nicht durchlasst, erwartet uns der Untergang. Sie schlagen ihn nochmal. Planidon! Diese Wachen müssen neu sein, weil die nicht wissen, wer ich bin. Ich glaube, es ist noch viel schlimmer als das. Die Burg konnte schon vom Bösen ja identifiziert sein. Noch schlimmer, als ich dachte. Okay. Alle mal beruhigen. Diese Unterhaltung führen wir lieber in einem ruhigen Örtchen. Lass uns zur Taverne gehen. Also, wie kommen wir da rein? Ich habe ein paar Ideen, wie wir in die Burg reinkommen könnten. Ich könnte eine Flugmaschine bauen und uns zur Spitze fliegen. Perfekt. Wie schnell kannst du das realisieren? In einer Woche schon. Das ist zu lang! Herrgott, die meisten Leute wären beeindruckt, wenn jemand in einer Woche eine fliegende Maschine bauen könnte. Es gibt da auch einen geheim-untödischen Tunnel, den wir benutzen könnten. Das könnte funktionieren. Ach ja, vergessen die Roboterstimme. Ich werde dir morgen davon erzählen. Es ist schon spät und wir sollten uns ausruhen, solange wir noch die Möglichkeit dazu haben. Außerdem bin ich am besten im Problem lösen, wenn ich schlafe. Ja, da bist du nicht allein. Na ja, ich schätze, wir könnten eine Nacht warten. Aber keine weitere. Ich werde im Nachbarzimmer sein. Bart, du kannst bei mir bleiben. Ich will so viele Quizzes, die ich gegen dich spielen könnte. Aber Schicksal der Welt! Ja, ja. Gute Nacht, Gail! Nacht. Wenn ich da beschlafen. Äh, hallo, werte Ritter? Kann ich euch behilflich sein? Au, ihr haut mich! Gail, wach auf! Wie schrecklich! Soldaten sind in unser Zimmer eingebrochen und haben Thomas verschleppt. Ich wusste, diese Burg ist von bösen Aliens infiltriert. Wenn er gerade hier wäre, würde ich ihm, hab ich's doch gesagt, sagen. Gail, wir müssen uns in die Burg reinschleichen und mit dem König sprechen und nebenher können wir vielleicht gerade noch Thomas retten. Erst einmal schlage ich vor, dass wir diesen geheim unterirdischen Kanal finden, von dem Thomas geredet hat. Sicherlich kann uns jemand der örtlichen Bevölkerung etwas darüber erzählen. Von oben an kannst du mit mir über das Questmenü sprechen, wann immer du willst. Okay. Jetzt kann ich mit ihm reden. Bin schon gespannt, wer von denen überhaupt Infos für mich hat. Ich soll bei der Wachstation fragen, was meinen Kumpel angeht. Äh. Aus dem Zimmer kamen wir gerade. Vielleicht finden wir hier irgendwen, der uns nützliche Informationen gibt. Gut. Gut Morgen. Nein, kein Mord, aber eine Entführung. Schön, dass du es verschlafen hast. Ja, da waren unangenehme Geräusche. Hm. Wir müssen unbedingt diesen Tunnel finden. Was ist das für eine riesige Taverne? Warum? Ja, da sind Soldaten vorbeigekommen und haben sich nach Herrn Thomas erkundigt. Zuerst lehnt sich ab, aber als die Speerspitzen in meine Richtung zeigten, habe ich all meine Prinzipien aus dem Fenster geschmissen. Warum kann ich nicht mit Lachen aufhören? Ja, das zeigen Speerspitzen auf mich. Tschüss. Ist mir alles egal. noch nie so eine schöne Frau meint sie mich? Also, ich spiele ja einen weiblichen Charakter. ja, die Größe der Gesäßmuskeln ist wichtig bei einer Frau. da hast du vollkommen recht, Kollege. Habe ich irgendwas, was gekocht werden muss dabei, bevor ich weiterziehe in die ewigen Weiten? Scheint nicht so. da ist so ein Verwerter. Die Mondgründe, die kann ich doch verkaufen. Die gibt mir wie viel? die hat mir 25 gegeben. Könnte das hier nicht der unterirdische Tunnel sein? Hier bräuchte man irgendein spezielles Lied. Und hier komme ich nicht durch. Der Wachtturm soll doch Informationen haben. Dann schneiden wir da noch eben kurz rein. Aber erst ach, nur zwei Münzen. Hallo. Ja, so dann haben einen Freund gekippnet. Das waren eigentlich Soldaten. Ja, die hat auch keine Informationen. Keine Informationen, die nützlich sind. Nur Geld. Warum willst du die Vögel in der Stadt zählen? Aber hier kriege ich nix, was mir irgendwie hilft. Hier kann ich Sachen kaufen, wunderbaren Kuchen und Apfelschrudel. Lecker. Ich finde hier momentan noch keinen. Warte mal. Du, der Dorftrottel. hier, spend dir was. Kann ich dich nochmal upgraden? Nope. Das hier war die Taverne. Ihr habt wahrscheinlich auch keine Informationen für mich. Hm. Die möchte irgendwas von dem Pianisten hören, dass sie zum Weinen bringt. ein traurigen Song. Och. Nein, das funktioniert offenbar nicht. Der königliche Hund kann besser Klavier spielen als ich. Wie, ihr hast es geschafft, dass ein Hund besser spielt als du. Das ist deine Berufung. Das klingt doch auch traurig. Sie hat geweint. Ich habe einen Mondstein dafür bekommen. Hat mich nur 15 gekostet. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in der Bücherei nichts finde. Aber hier gibt es offenbar ein Musikrätsel wieder. Hilmes 1 von Sekt. Passwort besteht aus 7 Noten. Lass mich raten, in all diesen Büchern nie, hier hängen Notizzettel. eine Violette existiert irgendwo zwischen blau und rot. Okay. Das kann jetzt einen kurzen Moment dauern. Okay, Leute, ich habe es geschafft. Ich spiele euch auch noch mal eben kurz vor, was die Reihenfolge war. Erst war es Violett, dann blau, dann wieder Violett, rot, dann grün, gelb und dann wieder Violett. Das ist die Reihenfolge. Ich habe einen kurzen Moment gebraucht, um das zu reihen. Okay, ich würde sagen, mit dem Energie-Jow haben wir es dann aber auch für heute. Das war ein interessantes Rätsel. Hat mich echt ein paar Minuten gekostet. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!